Aber auch ein bisschen blöd, ne? Wieso? Naja, also ganz gefällt mir das hier alles nicht so. Warum denn nicht? Ja, na, weil immer wieder die Leute doch tatsächlich denken, jetzt muss ich hier auch noch eine Politik einführen. Ach, auch nur so, ja. Ja, wir machen mal das. Das ist ja schlimm bei dir. Ja, ja. Würde ich einfach sagen, nö. Mach ich ja bald. Sag nö, mit mir nicht. Aber blumse dir nicht, oder wie? Ne, das glauben wir mir einfach nicht. Na ja. Was? Was ist das? Was, was? Das ist Weltwunder. Ich hätte jetzt nur noch eine Runde gebraucht, dann hätte ich das jetzt. Ah, das ist ja jetzt ärgerlich, wa? Ja, das ist ja ärgerlich. Ne, würde ich ausmachen. Da hätte ich ja echt genug. Na ja. Ich hab mir gerade noch angekickt, was man da kriegt, weißt du? Ja. Lass dich gut belesen und dann waren ich dran. Ich weiß jetzt, was kommt. Kommt. Was kommt denn da? Na ja, da bekommt jetzt halt, äh, stets 100, wenn da eine große Persönlichkeit verbraucht. Und das ist aber praktisch für ihn, wa? Ja. Ne, freut mich auch. Hat das genau das richtig gemacht, oder? Ja. Hätte ich auch so jemand. Hattest du auch, ja? Ne, war fest im Budget eingeplant, weißt du? Ja, und jetzt ist es wieder ja nicht, wa? Ja. Ah, das ist so ärgerlich. Du tust mir so leid irgendwie gerade. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich dich da jetzt trösten kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Ist fast nicht möglich, wa? Ups. Wo ging denn meine Maus hin? Ich nicht. Macht sich gerade selbstständig. Ach so, eine Maus ist das. Ja, ja. Ja, warum geht die denn ins Wasser hier? Ja. Ich sag dazu nicht. Sagst du nichts, ja? Ne. Ah, ja. Ist ja gut. Die wollen den Fluss nicht überqueren, sondern gehen lieber ins Meer, weißt du? Hm. Da kann ich dir nichts zu sagen, ne? Ja. Wie ist das denn überhaupt irgendwas? Eigentlich gar nichts, ne? Ich weiß das nicht. Eigentlich nur zu riskant, würde ich sagen. Na dann rein. Ne, wir gehen da jetzt nicht rein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wir bauen mal einen Markt. Ah, das ist gut. Markt bringt Geld, wisse, Wirtschaft, pluriert, alles. Bestimmt, ja. 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 Ja, ich bin jetzt hier, ich bin da. Ja, das ist jetzt nicht so. Ja. Das ist ja die Fluss. und ist gut der stadtstadt ja ich werde mir definitiv angucken ganz genau ja guck dir das mal ganz genau an da muss ich ja auch mal mehr andere gegner angucken auf jeden fall die brauchen tourismus muss ich ja mal hingehen ja ach da hat jemand eine mauer gebaut ja immer diese abschottung ja haben nur angst die hauptsache ich bin mir ängstlich ja sowas mag ich nicht auch nicht aber was willst du hier eigentlich mal ein kornspeicher uns kaufen aber dafür haben wir jetzt gerade mal nicht so das geld das ist auch ärgerlich sowas war ja lasst die bevölkerung ruhig hungern ja nee so schlimm ist es nicht ja das sagst du jetzt dann steht wieder in den zeitung nur magersüchtige das kann durchaus passieren ja gehe ich voll von aus am gold gelutscht mussten ja die mussten alle an gold lutschen damit wird hier das kann ich nicht mal weiter naja so ist das bei dir Nee, nur im Stress Ja Nee, grubbel Und dann sind die Leute nicht mal zufrieden damit, weißt du? Nicht mal das, ja Nee Die wollen alle nicht über den Plus, die gehen alle echt ins Meere Na, warum sowas? Weiß ich nicht Den war einfach mal danach Nee, ich wollte was anderes bauen Hab mich verklickt Ach, Gott, Gott Oh, was, Anna Naja Schon schlimm sowas Ja Ähm Ah, da muss er überlegen Oh Na, die sind so weit entfernt, warum machen die denn jetzt Krieg? Nee, wie sie sind Die kennen sich doch noch gar nicht Natürlich Na, die sind doch ewig weit auseinander Nee Also, auf den Stücke Karte, was ich habe, ja Na, dann guck mal neben Prag Ich hab Prag gar nicht wahrscheinlich Ei Was hast du hier? Was hab ich? Ich hab nicht Dann Nee, da musst du schon richtig dir das genauestens angucken, dann würdest du merken, dass die da Richtige Probleme haben Ah ja Du musst halt auch mal ein bisschen rumgucken und so Ja, mach ich ja, bei mir gerade Aber woanders kann ich gar nicht gucken Gerade So spannend hier Das Action pur, kannst du sagen Kommen hier gerade Barbaren wieder vorbei Na, du, das weiß ich nicht, was bei dir gerade vorbeikommt Ja Bin ich wieder bei mir, Action, ist ja Mhm Wollen wir nämlich jetzt mein Silber haben, wahrscheinlich Ja Das braucht man immer Ja Als Baba Natürlich Kann man nicht schon genug von haben Ja Sollen sie mal kommen Ja Dann lernen sie den Zorn Wie heißt meine Erzählung eigentlich? Ja, den Namen kann ja kein Mensch aussprechen Doch, kann ich auch sehen Aber warum heißt sie hier denn NGE 83, muss ich sagen Ja Was aber auch schlecht Ach, oh scheiße Wieso? Ja, weil die Barbaren sich gerade geschnitten haben Ei Und das war in meiner Angriffstaktik nicht mit innen Ah ja Werner, das ist dann wirklich schlecht Das muss schlecht sein War nun überhaupt nicht geplant so Ne, war Ne, das ist schon doof denn Ist doof denn Wie können sich Barbaren splitten? Ja, da ist so einer aus dem Lager gelaufen Ach Um dir das mal im Deutsch zu erklären Ah Ja, ne, das ist dann Ist auch ärgerlich denn, ne? Glaube ich Das war jetzt richtig ärgerlich Vor allem wenn der Barbar umdreht Und meine Einheiten angreifen wollen Das würde mich richtig ärgern Weil die haben andere Sachen vor Ja Ja, ne, das würde Verstehe ich schon Gewalttätige Sachen haben meine Leute vor Wahrscheinlich nur Dummheit im Kopf Ja, wir brauchen Baumwolle Ei Meine Zufriedenheit ist bei minus zwei Da müssen wir uns dann mal aus Wolle was Schönes stricken Jo, und sie bringt in deine Weise schneller, ja? Hm Hm Mensch Und mach ich gerade plus Wie mir das passiert ist, weiß ich Mach einen Screamshot Ja Wir haben die einen Sollte ich machen Ach, Blödsinn, warum bin ich denn jetzt Naja, egal, egal Das hat ja keiner gesehen Wahrscheinlich ist der Grund, warum du Geld machst Ja, das war so nicht geplant Das ist für meine Geld Äh, warum? Hm? erzählen tun Ich würde mich Ich würde mich Ich würde mich